Beim Wolfsburger Autobauer Volkswagen hat sich die Lage beim Einkauf von Elektronikbauteilen entspannt. Gerade bei Halbleitern sei die Lage nach einigen Jahren des Mangels besser geworden, heißt es. Mehr in den Kurznachrichten. Vorsichtige Entwarnung, heißt es vom Konzern. Es gebe bei den Halbleitern aktuell keine akuten Engpässe mehr. Der Auftragsstau der Jahre 2021-2022 könne abgearbeitet werden. Ganz vorbei sei die Krise trotzdem nicht. Damit künftig ausreichend Halbleiter vorhanden sind, kauft VW diese jetzt in bestimmten Fällen direkt bei den Herstellern und überlässt den Einkauf nicht mehr komplett den Zulieferern. Zudem lagert der Konzern jetzt auch selber Halbleiter ein. Mit der zunehmenden Elektrifizierung und dem autonomen Fahren wächst der Bedarf der Autoindustrie an Halbleitern stetig weiter.